3 3 Speicher und weiter und noch ein Aufzug Abwehr als in die Tiefen des Untergrundes Hey, da ist ein eckiger Typ der Blöcke wegschlägt wer die Anspinnung jetzt verstanden hat, der... Moment, äh, ne, nicht so schlimm Ich hätte gerade überlegt, ein bisschen kurzes Passkonzern zu machen, aber wegen Leggen, aber nein Die Musik hat sich ganz schön stark verändert, was zum Teufel Yeah Geisterschiff ist klar Warte mal gucken Wie viel hältst du aus? 3.000 4.000 5.000 Knapp 6.000 4.000 Ach, solange die nicht im Duo kommt, sind die ungefällig, aber das sieht cool aus Das ist geil gemacht so Knopf drück und nu unter Wasseraufzug oder wat und äh die Blasen sind stehen geblieben hm ob das so beabsichtigt ist es sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus Reaktormusik was zum Teufel ist das das besagte U-Boot das wäre im jeden Fall interessant die da die da 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 was zum Teufel äh wie geht er auch nicht und den matra zauber und dann kriegst du mal noch mal an da 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 beta zauber los geht's ach so die zwei hinteren halten gar nicht so viel aus matra zauber überflüssig aber egal ja auch das wasser schon okay die sind gar nicht so stark wie gedacht sehr schön sehr sehr schön da ist noch ein gut schein war wie passt der auf die brücke drauf ja der war die sie wirklich das gefühl dass ich ein bisschen überlevelt bin eventuell es gibt ja immer so das haben wir in der pg sonne gewünschtes level die und die boss und hier ist schon da ein speicherpunkt egal vor über jeden speicherpunkt aber das ist das ist mal kritiker hier hundert halb schaden einmal so es ist vorbei schaden ich bin über hapt plus eine Ebenen ab es ist noch mehr hp kurz guckungs probierende was ich habe verdammt wenig hatte im mokst des 20 zu sich das vor plus ziehen ich glaube ja Speicherpunkt, und dann nutzen wir doch einfach mal ein Objekt, anstatt die ganze Zeit nur Zauber, Röms, Speichern, da, 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 ah ja, doch da, so, Röms, hopps, hopps, hopps. Jetzt habe ich drei Speicherpunkte, nur mit Tifa, Yofi und Cloud, herrlich. Ah, hi ihr. Du, du bist Cloud. Ne, ich bin Hans-Jürgen. Komm. Oh, einer, wie süß. Ja. Ja. Da, 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 da. So. Äh, du kommst zu großem Absatz nicht. Doch. Werde ich. Weil das ist ein Videospiel, und Videospiele gehen meistens gut aus. Es gibt ein paar, die brechen, glaube ich, diese schöne Regel. Von wegen, die guten gewinnen immer, oder so, so wat. Da gibt's ja, äh, Beispiele, die ich jetzt nicht nennen kann, weil mir keins einfällt. Röms, 1500 Schaden. Da, 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 da. Ähm. So. Shinra Beta. Ist das halt, äh, tragbarer Beta-Zauber, oder was? Nein. Quick, äh. Das hab ich, glaube ich, noch nicht. Ähm. Shinra Beta, da. Ah, nee, das ist ein Armreif. Aber ein schlechter, ein ganz schlechter Armreif. Gott, was soll ich denn damit? Lame. Kann ich hier eigentlich auch eins nehmen? Nein, kann ich nicht. Ah, du wolltest für die große Substanz. Nö. Ich will die kleine Substanz. Da, 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 da. Oh, ihr seht schon anders aus. Ähm. Darf ich euch mal meinen Stopp-Zauber vorstellen? Okay, das hat sich erledigt. Ja, ist ja gut. Okay, das einzige Gefällige ist, dass die oft angreifen. Stopp. So, dass du ein normaler Gegner hast. Wer ist denn das? Wow, hält der wenig aus. Ich find's gut, wenn jetzt gleich ein Boss kommt, sind meine Limits fast voll. Haha. Gift hat eine Ebene ab. Granate gefunden. Herrlich. Zauberklaut, zauberleben. Hopps, hopps, hopps. Zauberklaut. 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 Heilung. Ich leben. Ich rieche einen Boss. Er kommt immer näher. Die große Substanz. Okay. Und die da jetzt mit dem Kran raus, oder was? Hey, ein Kran-Spiel? Nein. Bitte nicht. Kein Mini-Spiel. Ah. Selbstverständungsmechanismus. Sie werden sie dort, äh, sie werden sie dort auf das U-Boot laden. Okay, ich denke, wir müssen hier weiter. Da, da, da. Ach, das passt jetzt nicht. Was zum Teufel. Ups, der ist auch nicht weg. Na komm. Kreis-Button-Gedrücker. Nochmal. Na komm. Danke. Da, 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 da. Da, komm. Da, 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 da. Haben wir es geschafft. Ja, ich hätte das auch ohne diese Szene verstanden, dass sie es auf das U-Boot geladen haben. Vor allem steht der Held mal wieder erregungslos herum, wenn sowas passiert. Du, was machst du? Beim Laden helfen? Cloud. Sieht so aus, als hätten wir es gerade geschafft. Das steht fest. Ich soll körperliche Arbeit leisten. Rück schon raus, oder? Mach schon. Ich habe leider keine Zeit, mich mit euch zu beschäftigen. Äh, was zum Teufel ist das? Die große Substanz hat Vorrang. Äh, Vorrang. Nein, Vorrang. Der Postkampf gegen ein komisches Roboter. Verr educated ist. Oder?